Alles ist perfekt vorbereitet für die große Präsentation. Doch dann geht dem Laserpointer der Saft aus. Das passiert Ihnen mit diesem USB-Laserpointer von General Keys garantiert nicht. Der winzige Stift ist keine 60 mm lang, bietet aber Leistung wie ein großer, ganz ohne Batterie. Verbinden Sie ihn einfach mit einem freien USB-Anschluss Ihres Notebooks und schon ist der Start klar. Nach getaner Arbeit verstauen Sie ihn einfach in der mitgelieferten Tasche. So lässt er sich gut geschützt transportieren. Dieser clevere kleine Laserpointer lässt Sie bei keinem wichtigen Auftritt im Stich. Und da auch auf die kleinen Dinge des Lebens Verlass sein muss, sollten Sie sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Punkten Sie jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017